Vor einigen Monaten sind Peer, Kusmak und Janni Hünscheit zum zweiten Mal Eltern geworden und erfreuen sich seitdem an ihrem vierköpfigen Familienglück. Dieses Glück teilen sie auch gerne bei Instagram mit ihren Fans. So auch kürzlich mit einem Schnappschuss, der Janni und Peer mit ihrem Sohn Emil Ocean und Töchterchen Joko in der Badewanne zeigt. Es gibt ja auch im kalten Winter kaum etwas Schöneres als ein gemütliches Bad im Kreise seiner Liebsten, oder? Doch der Post von zweifach-Mama Janni stößt nicht nur auf Begeisterung. Einige ihrer Follower finden das Bild zu intim für Instagram. Eure armen Kinder, wenn die das später mal zu Gesicht bekommen, das Internet vergisst leider nie. Sorry, nennt mich altmodisch, aber ich finde, einige Dinge gehören nicht in die Öffentlichkeit. Wie schön, dass ihr auch die allerprivatesten Momente mit der ganzen Menschheit teilt. Doch Janni lässt sich von dem Hate nicht stören. Sie genießt die Zeit mit ihrer Familie und betont, dass es ihr wichtig sei, mehr Realität und Echtheit auf Instagram zu präsentieren. Was sagt ihr zu der Diskussion um das Wannenbild? Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! E Untertitelung des ZDF, 2020